Herzlich willkommen zum Finanzmarkt-Update für den Monat Dezember 2023. Ich stehe damit schon wieder in trockenen Tüchen. Es geht also darum, dass wir uns einen Überblick verschaffen, was die Hauptthemen der letzten zwölf Monate waren, was die spannenden Entwicklungen waren. Vielleicht gibt sich daraus zusätzliche Aussagen für das zukünftige Jahr. Aber das wird dann vor allem auch ein Thema sein im nächsten Finanzmarkt-Update. Also das mal nochmal einen Blick zurück. Ich kann gerade vorausschicken, es ist kein Blick zurück im Zorn, sondern es ist ein recht gutes Jahr an den Finanzmärkten. Nach den starken Verwerfungen von 2022 ist es 2023 zu einer Stabilisierung gekommen. Anfangsjahr ist es nach wie vor hochgegangen mit den Zinsen, insbesondere seitens Geldpolitik. Also dort sind die kurzen Zinsen weiter angestiegen. Nicht im Ausmass des Vorjahres, aber durchaus weiter. Und dann ab den Sommerferien ist es eher ruhig geworden. Die Zentralbanken haben einen Schritt zurück gemacht. Sie sind jetzt mehr oder weniger im Wait-and-See-Modus. Also sie schauen zu und behalten sich vor, die Zinsen weiter anzuheben. Das hat dann dazu geführt, dass es eine gewisse Unsicherheit gegeben hat in den Finanzmärkten. Man ist uns nicht mehr gewohnt, dass die Zentralbanken keine zusätzlichen Impulse setzen können. Und das hat dann dazu geführt, eben zu erhöhter Volatilität. Nicht nur bei den Obligationen, auch bei den Aktien und vor allem auch bei den Wechselkursen. Wenn wir dann allerdings die konjunkturellen Entwicklungen uns anschauen können, stellen wir fest, dass es in den USA deutlich besser gelaufen ist als in Europa. Das sieht man beispielsweise an der Konsumentenstimmung, sieht man aber auch bei den Unternehmensstimmungsindikatoren. Während die in den USA permanent eigentlich eher besser ausgefallen sind, als man das erwartet hat, ist das in Europa nicht der Fall. Insbesondere in Deutschland sind die Stimmungsindikatoren deutlich zurückgekommen. Sie sind auf historischen Tiefstände letztendlich ausgeprägt. Wieso das? Wahrscheinlich können die strukturellen Voraussetzungen in Deutschland nicht so gut umgehen mit den höheren Inflationsraten, mit den höheren Zinsen, wie wir sie gesehen haben über weite Teile des Jahres 2023. In den USA ist das offensichtlich deutlich einfacher gefallen. Gleichzeitig stellen wir fest, dass China sehr schwierige Zeiten erlebt hat im 2023. Dort hat man eigentlich anfangs dieses Jahr fast euphorisch gesehen, wo dann die Corona-Massnahmen auf einen Knall abgeschafft worden sind. Aber man stellt fest, dass die strukturellen Probleme, die China wirklich vor sich her schiebt, sei das die Immobilienkrisenfinanzierung, dort hat es ein paar Zombie-Firmen, sei es auch die Investitionen aus dem Westen, die haben tendenziell nicht so wieder Tritt gefasst und haben weiterhin auf der Wirtschaft gelastet. Jetzt, wie gesagt, das sind langfristige Probleme, werden wir uns wahrscheinlich bis auf weiteres begleiten, stellen aber auch fest, dass gerade in China letztendlich die Massnahmen dann relativ drastisch umgesetzt werden können und zusätzlich Impulse gesetzt werden können. Es wird heissen, dass wir eigentlich in den letzten zwölf Monaten fast eine kleine Divergenz gesehen haben zwischen der Konjunkturentwicklung in den USA, zum einen mit der entsprechenden Geldpolitik, aber auch in Europa und in China zum anderen mit der entsprechenden Geldpolitik. Und das ist eigentlich in einem Ausmaß stattgefunden, wie das in der jüngsten Vergangenheit nie der Fall war. Spannend dabei sicher auch die Entwicklung rund um Technologie. Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, ganz grosses Thema. Das war sicher für die Börsianer das grosse Thema von 2023. Dort hat es Unternehmen gehabt, wie beispielsweise Nvidia, Microsoft und andere, die sehr stark weiterhin an Wert gewonnen haben, während andere ein bisschen mau oder ein bisschen lau in der Weltgeschichte umeinander dümpeln. Das soll heissen oder bedeutet aber eben auch, dass letztendlich nicht jede Aktie im Moment sehr, sehr hoch bewertet ist. Und dementsprechend halten wir letztendlich an unserem langfristigen Übergewicht an Aktien, einem leicht langfristigen Übergewicht an Aktien fest. Das wäre es für heute. Ich wünsche Ihnen eine ganz gute Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut. Bis dann. Adi miteinander. Bis zum nächsten Mal.